Einen floschen guten Tag mit euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fall Guys. Und wir spielen die Sturzballmeisterschaften. Nichts anderes als Fußball auf Deutsch gesagt. Im normalen Leben würden wir das Fußball sagen. Hier ist das Sturzball. Wahrscheinlich, weil hier jeder auf die Fresse fliegt. Aber das ist gut. Ich bin heute wieder mal ein Hotdog. Das ist sogar mal heute ganz gut, dass wir ein Hotdog sind. Denn in dem Modus hat man als Hotdog ein bisschen mehr an Größe. Höhe, beziehungsweise am Skin. Und das ist hier bei den Bellen natürlich ideal. Aber das Problem ist hier, ich habe den Modus jetzt schon zwei, drei Runden mal gespielt. Die Leute, wenn die alle aufeinander hocken, man sieht nichts mehr. Das ist echt schlimm. Ich weiß nicht, wie viele wir sind. Ich glaube, 11 oder so. Oder sind... Ne, 48. Auf einem, dass wir ein bisschen... Ich glaube, die spielen nebenbei und die Gewinner spielen dann gegeneinander. Gibt dann so zwei Runden. Wir haben noch kein Tor gemacht. Das muss jetzt mal ein bisschen geändert werden. Halt! Kann ich mal bitte wie jemand wussten. Danke für nichts tun. Dankeschön. Ich lieb dich. So. Das ist das, was ich meine. Man rennt nur hin und her. Und wenn man da ist, dann wird nur gedrängelt. Äh. Ja, und dann fliegen wir rein. Ach man, da kommt ja hier gleich unser Ball noch. Ja. Nein. Bitte nicht, bitte nicht. 1 zu 1 ist ein bisschen kacke. Ja, ich hab ihn geboostet. Ich bin so ein cooles Hotdog. Ey, das ist... Ich würd lieber echtes Fußball spielen als das, weil das hier ist viel anstrengender. Und jetzt, wo es noch so warm draußen ist und ich hier mein Mauspad voll schwitze... Hier, ich krieg... Oh nein, jetzt gibt's Verlängerung. Ja, oder? Okay, das können wir noch krocken. Zack. Nach hinten gekickt. Das ist nicht so gut. So, ich muss nach hinten und... Ach man, der ist zu weit oben. Ich komm da nicht ran. Selbst ich langes Hotdog nicht. Ähm... Ich seh hier echt nicht durch, ne? Das ist so unübersichtlich. Hallo? Nein. Nein, 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 nein. Bitte weg. Weg, 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 weg. Bitte, ich will auf niemanden drauf springen. Äh, wie lange ist denn jetzt eigentlich Verlängerung? Eigentlich so lange, bis jemand ein Tor hat. Das ist echt stressig hier mit zwei Bällen. Aber mit einem wär's noch chaotischer. Aber es sieht gerade noch gut für uns aus. Moment mal, ich muss hier mal ein paar Leute kuscheln. Nein, der wär so gut drin gewesen. Ach nein, das ist doch nicht dein Ernst. Ich dachte, geht in die andere Richtung. Und jetzt... Ach komm schon. Man bräucht echt hier mal so eine Sprint-Taste. Das wär richtig schön. Und zack. Tja. Ach, hier kann ich sogar drunter gehen. Ist ja schön, aber ich hab keinen Bock gerade auf, die Mütze zu bekommen. Weil ich keine Mütze hab. Deswegen. Ey, dieser AFK-Typ. Der war gerade richtig nützlich. Ja! Oh, wann haben wir denn das zweite Tor gemacht? Gerade eben wahrscheinlich, oder? Der da hinten war. So. Wir waren zu 48. auf dem Feld. Als ob. Ich hab mich schon gewundert, ey. Obwohl, ich hab keine Übersicht mehr über die ganzen Spieler hier. Dann geht's ins... Finale noch nicht. Moment, müssen wir dann so lange spielen, bis einer gegen einen spielt? Weil einer muss ja gewinnen. Oder hat es dann ein Team gewonnen und die kriegen alle die Krone? Das könnte erklären, warum manche AFK rumstehen. Wie der Kollege hier zum Beispiel. Nein, 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 nein. So, ich brauch mal hier einen Schrank. Ja, 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 ja. Oh nein, der wär so schön drin gewesen. Zack, 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 zack. Und? Ach komm, dein Nebengesprung. Das kann's doch nicht sein. Ja. Der ist eigentlich so gut wie drin, ne? Den hab ich richtig schön auf meine rote... Warum ist eigentlich meine Wurst so rot? Als ob die hier zu viel Würze drauf gemacht haben. Oh ja, ja, ja. Das ist doch sowas von... Nein, als ob, wie kann der denn nicht drin sein? Hier. Ach komm schon, dass wir jetzt so der schöne... Ey, so langsam fang ich echt an, diese AFK-Typen zu hassen, ne? Als Barrikade sind... Ja. Ja. Sehr schön. Komm, ich will auch noch ein Tor machen. For my record. Session. Ey, warum falle ich immer auf die Mütze? Ich krieg nie diesen Ball. Es ist echt schlimm. Es... Also, ich empfehle es nicht, diesen Modus zu spielen. Es ist einfach nur qualvoll. Mit so vielen Leuten zu spielen. Aber in der nächsten Runde wird es wahrscheinlich besser sein. Wie hat der denn das alleine hinbekommen? Ich krieg das ja nicht von dem Team hin. Wie springe ich eigentlich die ganze Zeit daneben? Das geht gar nicht. Tja, ich bin jetzt in die Qualifikation gesprungen, ne? So krass, wie ich bin. So, jetzt wird es, glaube ich, hoffentlich ein bisschen übersichtlicher, wenn wir nur noch so wenige sind. Tschüss, ihr Loser. Ich werde das gerade hier groß gemacht haben. Das Pfeil sah ja richtig lustig aus. Oh, welchen Spielmodus werden wir jetzt spielen? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Oh, Sturzball. Was eine Überraschung. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warum sind die zu... Ach stimmt, das ist ungerade. Und jetzt haben wir die A-Karte, oder wie? Super. Danke. Na gut. Ähm, ja. Ja, sehr gut. Direkt die beiden Bälle nach da hinten. Ja, 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 ja. Rein da, rein da, rein da. Nein, 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 nein. Was? Nein. Als ob. Rein da, rein da. Ach komm, schon. Nein, nicht jetzt. Zack, 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 zack. Ja, komm. Das wird mein Ball. Das wird mein Ball. Ja. Ich habe zum ersten Mal ein Tor gemacht. Ich bin... Ich fühle mich jetzt so krass. Ist mir egal, wenn wir jetzt verlieren. Ah, wir verlieren eh nicht. Ich habe alles erreicht. Zwei Bälle hier hinten. Ganz schwierig. Ganz schwierig. Nein, 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 nein. Weg, da, weg. Ey. Ich werde festgehalten. Ihr seid solche Assis. Ich habe euch zwar auch festgehalten, aber vorhin haben wir zusammengespielt. Deswegen gilt das nicht. Ne, 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 ne. Wie wäre es mal, wenn du hier bleibst? Komm, wollen wir kuscheln? Ja, wollen dir wohl nicht, ne? Und? Zack. Halt. Hier geblieben. Wir wollten noch kuscheln. Nein. Nein, 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 nein. Ach, komm schon. Dann bleibst du eben hier. Wenstens du. Ja. Den müssen wir reinkicken. No. Hier, Kollege. Ach, komm schon. Komm. Nein. Das. Ja, weg damit. Und zack. Ich bin eine Hotdog. Äh, ich bin eine Hotdog. Gut. Gut. Nein, nein, nein. Und dahin. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ha, ihr könnt mich mal. Oh, jetzt steht er sogar noch. Schön in 90 Grad. Wir sind einfach die krassesten. Die krassesten. Okay. Das heißt, wir spielen jetzt zu fünft. Drei gegen zwei. Leute, wenn ich das am Ende noch gewinne, das wäre so schön. Hommelwirbel. Oh, Riesenpatze. Ach, das ist das Finale. Okay. Ach, ihr müsst jetzt um den Schweif spielen. Naja, mit Fußball hat das jetzt nicht so viel zu tun, außer, dass wir hier faulen müssen. Aber okay. Ey, ich bin gerade der Gewinner. Wie cool. Ha, ihr könnt mich mal. Adios, amigos. Autsch. Das tat weh. Ihr könnt mich mal. Sowas von kreuzweise. Dü, 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 dü. Tralalala. Und hopsasa. Okay, das lief jetzt nicht so wie geplant. Aber es war mir auch eigentlich egal. Weil ich hab ja noch eine Minute. Und in der Minute kann ich dem Typen hier noch einen Besuch abstatten. Als ob kann man die nicht hinschmeißen. So, dann kürzen wir hier ein bisschen ab. Ach, er ist runter. Hä, wo ist er? Ach, da hinten ist er jetzt. Okay. Ja, komm, 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 komm. Ey, das gibt's doch nicht. Okay, ich bin drauf, ich bin drauf, ich bin drauf. Wo will er hin? Wo will er hin? Da will er hin. Ja, komm, 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 komm zu mir. Komm zu mir, mein Schatz. Nein. Er hat mich ausgetrickst. Er hat mich sowas von ausgetrickst. Hey, was ist das denn? So ein dreckiger Bug. Das war ja so ein dreckiger Bug. Habt ihr... Ach Gott, ja, ihr habt's gesehen. Wie? Der ist einfach weggeflogen. Der war überhaupt nicht so. Der war einfach weg. Ich hätte mir so schön schnappen können. Ey, das ist so... Unfassbar. Unfassbar. Also. Ich weiß nicht, wie das gerade funktioniert hat, aber irgendwie hat's funktioniert. Und ich bin jetzt eine Disco-Kugel. Fantastisch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und abonniert, Cloud aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute.